Ah, ein Bagger. Wie, das ist kein Bagger? Was ist das denn? Ein Trecker. Wer oder was ist ein Trecker? Ich kenne keinen Trecker, ich kenne nur einen Traktor. Ist das selbe? Nein. Doch? Glaube ich nicht. Ist aber so. Ein Traktor ist doch für die Traktion. Und ein Trecker ist doch zum Trecken. Also, to track, die Verfolgung, jemanden verfolgen. To track someone. So was wie ein GPS-Tracker. Da weißt du genau, wo der herfährt. Das ist kein Bagger.